Valentina Pade wird sich bei RTL demnächst einer besonderen Herausforderung stellen. Lange haben wir Valentina Pade nicht mehr auf RTL gesehen. Im März verabschiedete sich ihre Rolle Sunny Richter, um in Boston ihren Master in Architektur abzulegen. Direkt im Anschluss drehte die 29-Jährige für das ZDF mit Stars wie Uschi Glas oder Gerrit Kling den 100. Film der Inga Lindström-Reihe »Einfach nur Liebe«. GZSZ. Valentina Pade ist noch nicht bereit für ein Comeback. Über eine Rückkehr zu »Gute Zeiten, schlechte Zeiten«, denkt sie aktuell noch nicht nach, wie uns Pade jüngst im Interview verriet. »Der richtige Moment für ein Comeback wäre der, an dem ich mich bereit fühle, an dem ich es zu 100% fühle«, sagte sie. Das sei aktuell noch nicht der Fall. Vorerst brauche sie den Abstand, um sich zu entfalten, beispielsweise in anderen Rollen. Die XXL-Pause wird also nach Andauern, so die Schauspielerin. Aber sag niemals nie. Dennoch müssen RTL-Zuschauer nicht ganz auf sie verzichten. Am 4. November stellt sich die Schauspielerin um 20.15 Uhr der Herausforderung, Promi-Touchdown. Promi-Touchdown. Darum geht es in der Football-Show. Im neuen Format duellieren sich sechs Promis in witzigen Spielen rund um das Thema »American Football«. Maskottchen, Marching-Band und »Cheerleader« dürfen dabei nicht fehlen. In dieser Show wird die beliebte Sportart mit all ihren Facetten gefeiert, verspricht der Sender. Daniel Hartwig ist Moderator, Jana Wosnitzer und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren, das Geschehen mit geballter Football-Expertise. Spaß, Schnelligkeit und eine ordentliche Portion Teamgeist stehen auf dem Programm. Zwei prominente Teams treten in unterhaltsamen Spielen rund um das Thema Football und einem spannenden Finale gegeneinander an. Wie viel Football-Profi steckt wirklich in den Promis? Welches Team kann sich durchsetzen und schafft es ins Finale? Neben Pade stehen als weitere Kandidaten Ekaterina Leonova, Oliver Pocher, Ralf Möller, Giovanni Zarella und Hans Sarpay fest.